Das war die Rache für Europa. Was, Sir? Friede den Gefallenen. Es hat Ihren Plan definitiv einen Dämpfer versetzt und uns einen ziemlichen Vorteil verschafft. SDF Hellas ist in der Venus-Atmosphäre und repariert den Schaden. Laut Aufklärung befördert sie Chemiewaffen. Scars und Marines werden entern, suchen und zerstören. Wir werden den Chemiestoffträger ausschalten. Bereit für etwas Ausrüstung, Sir? Ich empfehle ein leichtes Maschinengewehr. Die haben eine hohe Feuerkraft. Helfen in jeder Lage. Sie sind bereit. Kriegen Sie sie dran. Retribution trifft ein. Captain, ich habe die Baupläne der Hellaschen. Gehe auf Überwachung. Ich führe Sie durch das Schiff und bringe die Heile wieder raus. Roger. Bereit, Fieber? Ich bin ein Schatz. Scars, der Tower-Mädels-Stanke liegt auf Ihrem Kurs. Roger, 1-1. Zweck 1-3. Ska 1-1, Sie können los. Roger, sind bereit. Start in 1, 2, 1. Schweres Sturmböen bei 2-5-0-Echo. Ska 2, halte Höhe. Bestätigt. Gehe rauf. Schade. SCF erlass direkt voraus. Bestätigt. Ethan, Sichtkontakt zum Ziel. Bereite suchen und zerstören der chemischen Waffe vor. Da sind Ska 3. Sie verteidigen die Hellas. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir entern. Da kommen sie. Die Flanke achten. Fetischer Schatten. Ein Ohr unten. Feindliche Erlassung. Angriff. Raider, hier blitzt es. Auf die Flügel achten. Verstanden. Können uns Blitze abschützen lassen, Lieutenant? Verstanden. Verstanden, hoose. Zurbisschen. Verstanden. 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 Aber nicht die Flügel achten. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Skater, ein Ohr! Trainer, die Hellers startet die Triebwerke. Sie wollen fliehen! Wir dürfen das Schiff nicht verlieren. Alle mir nach! Die Luftabwehr der Hellers ist aktiviert. Den Geschützen ausweichen! Raketen im Anflug! Backbordseite ist schwerer beschädigt. Wir können dort lang. Roger! Ethan, die Skars sind oben auf der Backbordseite. Sie suchen seinen Einstieg nahe der Waffenkammer. Aye, Sir! Markiere das Ziel! Roger, sieh es! Sieh es! Gehen wir rein. SCAR 2, das Gebiet sicher. Auf alles schießen, was sich bewegt. SCAR 2, das Gebiet sicher. SCAR 3, 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 das Gebiet sicher. Ethan, der Hangar ist sicher. Ausgezeichnet, Sir. Der nächste Zugang zum Lebenserhaltungssystem befindet sich auf der Krankenstation. Trupp, wir übernehmen Ihr Lebenserhaltungssystem und rücken zur Waffenkammer vor. Hier sind chemische Waffen an Bord. Aufpassen! SCAR 3, das Gebiet sicher. Da bewegt sich was. Aus Schwärmen. Auf die Ecken achten. Erst vor, wenn alles gesichert ist. Wir brauchen Unterstützung! Feindliches Adapts! Auf dem Stich! Halt vor! Die Maschine zieht es zurück! Vier vor! Verschneidigt! Der Deckung! Weit vor! Hinter dieses Bisschen! Die Seite! Da bewegt sich was! Ausschwärmen! Auf die Ecken ab! Er ist vor, und wir haben alles in die Gehäste! Rechte Seite! Rechte Seite! Zehn Meter! Hey! Auf Deckung! Auf Deckung! Hey! Ruhe! Eine weniger! Sicher! Die Krankenstation sollte in der Nähe sein, Sir! Begebt ihr Deckung, Reyes! Hängt nicht rein! Sicherheits-Teams zur Heckfeuerleiter! Die Krankenstation sollte in der Nähe sein, Sir! Vollkontakt! Wir geben dir Decken, Reyes. Hack nicht rein. Hacken Sie sich in die Konsole, Sir. Ethan, greife aufs Netzwerk zu. Du bist drin. Leite Lebenserhaltungssystem auf Ihren Anzug um, Sir. Sie haben die Kontrolle über Schwerkraft und Druck. Die Herbeinheit nähert sich. Sie haben die Kontrolle über Schwerkraft und Druck auf Ihren Anzug 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 auf Ihren Anzug. Wo schießt du hin? Alles gesichert. Die Chemikalien sind in der Waffenkammer. Hier nach. Alles klar. Waffen bereithalten. Los. Alles gesichert. Der Aufklärung nach laden Sie die Chemikalien in den Schiff. Ich hole mir ein Muster aus der Waffenkammer und dann zerstören wir den Rest mit dem Schiff. Captain, Feinde sind auf dem Weg, um die Waffenkammer zu schützen. Verstanden. Alle in Deckung. Ich hecke die Tür. Fang mit dem Hecken an, Reyes. Ich habe eine Verbindung. Ethan, wie viele Feinde nähern sich? Mindestens zwei Dutzend, darunter auch C6-Einheiten. Ich kann die Türen verriegeln, aber das wird Sie nicht lange aufhalten. Da kommen Sie. Bereit machen. Feuer! 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 Schalten wir sie aus! Schalten wir sie aus! Das war's für heute. Exemplar aufgenommen. Platzieren wir die Ladungen und sorgen dafür, dass wir das Zeug nie wieder verwenden können. Ahnung, Feuerlöschsysteme bei Hilfssteuerung nicht in Betrieb. Ladungen platziert. Raus hier. Retribution, wir verschwinden von hier. Sir, die Hellas verliert Höhe. Sie müssen sich beeilen. Zum Hangar im Alltempo. Das war's für heute. 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 Gehen wir! ETHAN, wir verlassen das Ziel! Zünde die Ladung! Sir, ich habe die Zünder der Ladungen mit Ihrem Cockpit verbunden. Gehen Sie auf Abstand und sprengen Sie sie! SCARS verlassen das Ziel! Sprenge die Ladung! Das sollte Ihre Aufmerksamkeit geweckt haben! Hellers zerstört! Einer weniger! Sammeln und ab nach Hause! Raider an Brücke! Mission erfüllt! Kehren zur Basis zurück! Bestätigt, Captain! Sehen Sie auf dem Radar! Guten Flug! Das Schiff ist jetzt Weltraumstaub! Was, Sir? Was, Sir? Was, Sir? Was, Sir? Was, Sir? Da? Ja.